so freunde wir sind jetzt hier so unterwegs und gucken wir mal ein bisschen loot finden gegen zum abschießen natürlich die frage die gleich in herunter kommt so wird geknackt er wäre hier hinten die wird wahrscheinlich auch gleich in das kennen dann kommt station haben wir da oben und da hinten hier kann man schon mal sagen dass hier einer ist da oder da die polsterplatte mal wieder vergessen falls ihn nicht gesehen hat dass ich da rein bin soll er auch denken dass ich noch da bin zurück geht lieber bevor ich hier loote lieber mal zu den verbarrikadierten da werden die leute leute seien da steht auch keine kiste vielleicht wird man scannen schnell ah hier ist hinten am wasser bei den steinen da frage ist ist er jetzt nach unten oder ist er wieder hochgelaufen da 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 gelaufen wäre könnte mir vorstellen dass er da hinter dem stein ist aber sonst was hier oben liegt ja hier war er konnte aber nicht genau orten wohin gerannt ist ja 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 so ne So, jetzt hier hinten, beim Ausgang, dann sollen die Raben jetzt kommen, beim Ausgang ist er nicht, Comstation aktiviert, Mann, 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 ich denke, dass ich immer den einen hinterher renne hier die ganze Zeit. Ob der Drop runter da hinten, denn ich renne jetzt nicht weiter. Jetzt bin ich noch eben beim Drop. Der Loot war hier eben auch schon weg. Hier ist der Loot auch weg. Jetzt gerade wird unter dem Hänger hier sehen, aber hinter dem Hänger. Okay, Ausgang hier. Hier ist auch keiner. Abruf kommt. Jetzt müssen wir uns beeilen. So, derjenige, der sich in Abruf nimmt, der geht hinten raus. Dann muss ich so schnell wie möglich da runter kommen, endlich. Oh, der legt dreimal die Waffe weg. Oh, die neue Waffe. Danke, mein Freund. Oh, der Loot ist schon weg. Oh, der ist noch nicht unten. Ah, der ist schon weg. Ja, den da jetzt hinterher rennen, bringt glaube ich nichts. Dann kommen wir zurück hier. So, haben wir erstmal die neue Waffe hier saved. Ich habe gerade den gehört. Oh. Oh. Oh, mein Gott. ja gut ein bisschen leerlauf gewesen gerade in der runde aber wir haben die neue waffe die 11 85 sehr geil freue mich über dann können wir so gleich auch mal ausprobieren mal gucken wie ich den getroffen habe kopfschuss sogar war relativ schnell dort schön nice